Peter Birnsberger, Weltcup-Serien-Sieger und zweifacher Streifgewinner. Von gewinnen träumt ja jeder. Aber jetzt könnt ihr auch ihr ganz groß gewinnen. Aber dazu müsst ihr alles auf einen Karten setzen. Oder vielleicht auf mehrere. Mit der Sporthilfe-Karten gewinnt ihr nämlich. Sportausrüstung und Freizeitmode aus der Welt des Sports. Griechenland von seiner schönsten Seite mit der neuen Superservice-Fluglinie. HiFi-TV-Video bringt Sonne ins Leben. Eine Million in Bar und 1,2 Millionen in Silberschettons. Achtmal die brandneuen Spachtlichen aus Italien. Aber jetzt müsst ihr schnell sein. Weil am 17. Februar gibt es nämlich schon einen Hauptpreis um 3,4 Millionen. Ein Haus und ein Million für den Grund. Ich wünsche euch viel Glück. Und jetzt halte ich euch einmal die Darm. Ein Haus und ein vainer Typ. Ich wünsche euch viel Glück. Vielen Dank.